Grüßt euch! So, neue Aufnahmesession. Ne. Dank. Du musst mal bezahlen hier. Guck mal Triebmann. So, ne. Wir werden mal schnell was holen. Es ist ja nie draufgekommen, was der an Essen haben will. Ja, ich nie draufgekommen. Ach, deine Kiste nicht. Ist irgendwas drinnen. So, der wegschneid. So, der wegschneid. Immer so schön hier davor ist. Es hat nicht so viel Platz hier davor, oder? Okay. Also, ich wäre nie draufgekommen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr draufgekommen wird. Was der hier haben will. Also, ne. Hätte ich nie. Hätte ich dem nie serviert. Leber? Was habe ich falsch gekauft, oder was? Ich wollte doch keine Leber haben. Wieso habe ich ein Leber? Ich habe da was ganz anderes angeklickt. Hä? Oh, mein Punkt. An einer anderen Stelle, wo ich hingeguckt habe. Oh. Ja, ja. Schafft er. Wahrscheinlich habe ich doch oft den Leber. Das will ich haben. Ja, da mit. Meine Güte. Na ja, haben wir halt in der Leber rumliegen. Wird ja nicht schlecht im Kieschank. Ich muss mich ein bisschen stören, dass es hier keine Taste gibt, wenn man schneller löwen kann. Ich mache mir jetzt gleich mal an, ich möchte mich besuchen, was der haben will. Ich werde euch schon wundern, was das werden soll, oder? Das komische Zeug. Ich schaue jetzt mal Blutwurst dazu. So sieht es wie es aus. Wenn es aufgeschnitten ist. Kartoffeln. Ja. 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 Und irgens davon. nicht gewürzt werden ein teller aber auch nicht unterteile doch der hier hätte ich nie gedacht so ja gut er ist ein bisserl eckig ja so wollen die rezepte gucken ob das zeug warum das ist das natürlich gegrillte zwei stück nutzen mit salz und schwarzen pfeffer schwarzen pfeffer so sehen sei gericht wer kommt auf sowas auf die zusammenstellung wäre ich nie drauf bekommen hätte ich glaube ich das zehn zwanzig mal versuchen müssen und hätte es dann irgendwann erfüllen gut so wir gucken jetzt mal in die speisekorte wir müssen natürlich gettterspeisen noch mit drauf nehmen weil da haben wir noch so viele so die müssen wir wieder mitmachen braucht er ja die dinger muffin ja müssen wir heute noch mal machen und die gettterspeisen müssen wir noch mal machen so so Nei, hoffentlich, so fehlt mir eigentlich hier noch irgendwas. Wir gehen noch. So, das ist dasselbe wie... Ne geht's. Was wolltet ihr haben? Ne, wir müssen jetzt doch noch länger machen. Den Kuchen jetzt. Ne, okay. Also können wir den Kuchen länger machen. Gut, gib mir mal die Körperspeise. So, den Kuchen. Ich glaube, es ist ganz schön leid. Gut. So, dann... Die Mavins. Die Mavins. Wenn du jetzt noch nicht mehr machen. Die Mavins. So, dann wird der Kuchen. So, dann kann ich sie aus. Und das ist die Mavins. So, dann kann ich sie aus. Das müssen wir jetzt noch mal machen. So, wir brauchen Mehl. Haben wir das hier irgendwo? Mehl, da. Fisch? Das sieht nicht so aus. Sogol. Und Bodo. Mehl, mehl, sogol. Mehl, mehl, sogol. Mehl, Bodo. Wir sind in die Fritteuse, non? Wir sind in die Fritteuse. Wir sind in die Fritteuse. Wir sind in die Fritteuse. 3 4 5 6 10 10 11 11 13 15 15 16 20 15 20 22 23 23 24 Könntest du mal hier vorne liegen bleiben? Ich hab's überhaupt nie vermisst, nein! Ich hab's überhaupt nie vermischt, nein! Ich hab's überhaupt nie vermischt, nein! Es fehlt sogar Milch und auch Butter! 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 Wir sehen das jetzt so! Warum sind denn die jetzt so? Butter! 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 Mmh. Oh mein Gott, doch lieber den hier, oder? Ja, eben den. Oh, war schon wieder zu kalt. Naja, hab ich nicht dran gedacht, stimmt ja, die müssen ja warm gemacht werden. Eins. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch blöd. Oh. Ein Lärm. 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 Ein Lärm.